Bruder, ist das 250? 250, richtig? Ich glaube, es ist 250. Ja, wahrscheinlich 500. Wer kennt jetzt nicht die guten 500 Milliliter Gläser? Absoluter Klassiker. Bruder, kann dieser eine Strähne mit Alfa hier oben bleiben? Du fuckst ab, holy shit. Deine Frisur heute, Bruder. Ich sag dir ehrlich, Timo. Wenn ich das jetzt aufmache und da ist ein gottverdammter Pinguin drin, Bruder, dann permabann ich dich und es ist kein Joke. Alright, Timo. Ich hoffe, du hast dich genauso genannt, wie du dich auch im Chat genannt hast. Ah, sorry, mit Doppel-I. Oh, das ist aber zu schade. So, alright. Danke für die Donation, Bro. Kuss, Kuss. Habe heute mit ein paar Homophoben gekämpft. War nicht anstrengend. Naja, Bruder. Aber. Aber da ist noch nicht nach.